Ich will noch mal ausprobieren, wie Spiele da habt ihr Spiele-Fank-Off. Mit Bayern, Antonyme, meine Damen und Herren, spielen Sie-Fank-Off. Das Spiel ist Spaß für die ganze Familie. Die absolute Neuheit hier auf der ersten Platz, die-Fank-Off-Millen. Das Spiel mit dem Fank-Off. Spielen Sie mit, sind Sie dabei immer wieder mit der Kugel, weil Sie die Antonymen gewinnen. Ja, es ist eine große Herausforderung, gehe ich mitoras Das ist ein bisschen übel. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.